Helene Fischer darf sich über einen weiteren Meilenstein freuen Die deutsche Musikerin ist in der Welt des Schlagers so richtig erfolgreich Die Liebe ist ein Tanzinterpretin begeistert mit ihren Hits und zählige Fans und bricht mit ihren Liedern auch immer wieder Rekorde Jetzt kann die Entertainerin einen weiteren großen Erfolg verbuchen Ihr Kultsong Atemlos durch die Nacht wurde über 100 Millionen Mal im Internet geklickt Das Video zu dem Hit Atemlos durch die Nacht, das vor über neun Jahren auf Helenes YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, knackte jetzt eine Rekordmarke Der Clip wurde seit der Erscheinung nämlich sage und schreibe rund 101 Millionen Mal angeklickt Und bei den Fans ist das Lied auch viele Jahre nach dem Release noch hoch im Kurs Egal, was man von dem Lied halten möchte, es gehört definitiv schon zur deutschen Kultur, stellte ein User beispielsweise fest 2023 feiert der Song Atemlos durch die Nacht bereits sein 10-jähriges Jubiläum Und zu diesem Anlass hält Helene für ihre Fans offenbar ein paar Überraschungen bereit Im Dezember hatte die Blondine auf Instagram angedeutet, ihr könnt euch zu diesem Anlass schon auf ganz besondere Aktionen im kommenden Jahr freuen Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, 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 bis